Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Happy Wheels. Heute spielen wir mal wieder ein paar User Level und keine Featured Levels mehr, wie wir das in den letzten Wochen gemacht haben. Es erwartet auf jeden Fall wieder sehr viel Spannung und Action in dieser Folge. Und ich würde sagen, wir fangen gleich an mit diesem dritten Level. Ich habe mir das Ganze schon mal ein bisschen vorsortieren lassen und habe gerade herausgefunden, dass man ab jetzt nicht mehr Escape drücken kann, sondern jetzt ab Tab drücken muss fürs Schließen. Genau. Finde ich jetzt nicht so geil, aber muss dann wohl auch sein, weil ändern können wir es sowieso nicht. Awesome Curse 99. Wir hatten ja letztens Awesome Curse 7. Ich erinnere mich. Oh, 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 oh. Ach du Scheiße, was ist das denn bitte für ein Level? Okay. Also das sind solche Portale in einer anderen Dimension. Also solche Netter-Portale wahrscheinlich. So, dann fahren wir mal ja lang. Oh Mann, jetzt müssen wir wieder zurück, Alter. Na toll. Wir müssen zurück, um uns töten zu lassen. Und dann kommen, dürfen wir weiter. Na super. So lobt man sich das. Ach du Scheiße. Ja, komm. Nein, Escape nicht. Ich muss dran denken. Ich werde gerade fast ausgeflippt, Alter. Ich wusste nicht mehr, hey, wieso kann ich kein Escape drücken und alles. Ich habe mich die ganze Zeit so total gewundert und... Boah, Alter. Das ist auch scheiße, ey. Escape ist eigentlich das Einfachste, so was man machen kann. Das ist irgendwie blöd mit Tab, muss ich ja sagen. Oh. Warum fällt man da eigentlich so ein bisschen rein? Das finde ich nicht so gut. Auch das hier müssen sie auch als Featured Level machen. Vielleicht haben sie es schon. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es ein sehr cooles Level. So. Den Fall... Den weichen wir mal aus. Dem Fall. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, scheiße. Na. Mann. Ich weiß auch gar nicht, ob man da wieder in das Portal zurück kann oder eben nicht. Ich meine, in Minecraft ist es ja auch so. Da kann man dann halt wieder zurück in die Oberwelt. Müsste ja dann hier demzufolge auch so sein. Weil das hier ist ja die Minecraft-Engine. Oh Mann, Alter. Nein. Tab und R. Ich werde mir da wieder... Die ganze Zeit werde ich wieder fällen mit Escape und so. Ich merke das schon. So. Okay. Wir müssen auf jeden Fall ein bisschen schneller werden. Komm schon. Oh Mann. Ich denke immer die ganze Zeit, dass hier unten das der falsche Weg ist. Aber das stimmt so nicht. Oh Mann, Alter. Mit diesen komischen Bällen, die da überall rauskommen. Ich weiß nicht, ob ich das feiern kann. Ich glaub's mal nicht. Oh Mann, komm. Du siehst doch schon. Du musst mich doch nicht noch mehr quälen. Ich bin doch schon so... Alter, guck mal. Jetzt haben wir eine Axt. Geil. Muss man sonst nicht craften. Ist auch nicht schlecht. Ja, na klar. Dämmel doch weiter. Na. So, und jetzt. Was war jetzt eigentlich? Das nächste Hindernis. Einfach nur die Dinger. Ach so, die haben mich dann... ...hermell in das Genick gebrochen. Sind das diese... ...diese... Ah ne, ich glaube das sind normale Bälle. Oh. Alle Bälle her. Fällt mir grad ein. Ist ein Insider. Portal of Freedom. Oh, Victory. Cool. Dann Exit to Menu und nächstes Level. Na komm. Es lädt immer ein bisschen. Da hab ich immer Angst, dass es abschmiert. Was ist das wieder von Schrott? Good luck. Äh. Wie willst du das schaffen? Ach so. Na gut. Das geht natürlich auch. Ähm. Ja. Zombie Attack. Guck mal mal. Ach so was. Hier. Da muss ich die totboxen. Richtig schwer, Alter. Erinnert mich an Space Impact 2. Ach. Ach. Ja toll hier. Das musst du mal updaten hier. Das ist nicht mehr S plus R. Mann. Voll die, äh, oldschool Leute hier. Ach. Hä, wie willst du gegen das Ding kämpfen? Mit Space oder was? Ach so. Bücken geht, äh, nach unten. Okay. Klingt logisch, wie damals bei Eckbert. Da war das auch so. Kennt noch jemand Speedy Eckbert? War das geile Spiel gewesen. Damals hab ich immer gesuchtet. Oh. Ja, ich kann ja nicht richtig scrollen. Dann scrolle ich in der Seite runter. Dann muss man das halt per Hand machen. So. Jedenfalls Speedy Eckbert damals. Richtig geile Zeiten. Ich weiß nicht. Ich fand das übelst geil. Ach. Ach ne. Ich hasse solche Level. Ohne Spaß. Es ist einfach immer dasselbe Ablauf. The same procedure is everywhere. Oh, Mann, Mann, Mann. Ähm. Ich, ich muss erst mal gucken. Äh, Z, ne? Z. Es ist zum, zum Code Zen. Mann. Ich wollte sechs Folgen aufnehmen und nicht nur vier. Ach, warum sag ich das jetzt eigentlich? Keine Ahnung. Ich will heute wirklich vier Folgen aufnehmen, mal wieder. Ich weiß nicht. In letzter Zeit produziere ich auch Happy Wheels immer ziemlich lange vor. Ah, ich denke nicht dran. Habe ich schon wieder rausgescrollt. Sorry dafür. Nehmen wir mal das hier. Press space to start. Äh. Hä? Boah, Alter, wie habe ich denn das jetzt ausgesprochen? Press to start. Genau. Aha. Auch nicht schlecht. Ähm. Boah, das sieht aus wie... ...die Innereien einer Frau. Da so die Eierstöcke und so, ne? Soll es das vielleicht darstellen? Man weiß es nicht genau. Was ich weiß... Na gut, ich lese mir die Beschreibung nie durch. Bin jetzt aber schuld. Oh Mann. Jetzt... Reut doch mal voran. Aha. Na, komm, das krieg mal hin. Gut. Das wird wieder sowas sein. Genau. Ja, toll. Richtig schwer. Eigentlich nur eine Stelle, die übelst schwer war, ne? So nach unten. Timmy is late from school. Okay, wir müssen ihn also schnell hinbringen. Also vielleicht sogar mit Zeitdruck hier. Hä, wie spät ist es da? Um 10, ne? Ich würde sagen, das ist ein bisschen... ...wirklich ein bisschen zu spät. Ach du Scheiße, bricht sich fast das Genick hier. Überfährte Frau oder was das war. Dad, hurry. Slow. Ach so. Ja gut, ich weiß nicht, was slow heißt, ja. Also, da muss ich schon mal... ...müsste schon mal Rücksicht nehmen. Müsste schon mal auf Deutsch schreiben. Chuck Norris. Ja komm, den Kick mal weg. Mit dem Roundhouse-Kick. So. Happy Torns. Boah, ich müsste mal eine Folge... ...Äh, Chuck Norris-Witze oder so machen. Das wäre mal cool. Boah, sowas wäre nicht schlecht. Ich glaube, die sind auch alle ausgelutscht. Aber man könnte ja mal... Ja, ist irgendwie blöd. Ich könnte ja mal mit jemand anders aufnehmen. Und dann mache ich mal so eine Witze-Folge. Das wäre vielleicht mal gar nicht so schlecht. Ach, ich muss Zitterl pressen. Okay, dann mache ich das mal. Oh Mann, Timmy. Timme. Ähm, drop down your son. Äh, ins Loch. Okay, das versuchen wir mal nächste Woche. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Haut rein. Äh, das war's für diese Folge.